Bubblegum TV, euer Jugendmagazin. Sonntags um 14.30 Uhr, natürlich mit Viola und Flo. Schön, dass ihr auch im März wieder dabei seid bei Bubblegum TV, eurer Jugend-Sendung. Ja, und es lohnt sich mal wieder richtig, denn wir haben eure Stars getroffen. Und davon gab es bei uns schon so einige. Ob Nicole Scherzinger, Thomas Godoy oder Lexington Bridge. Egal wo, wir waren mit unserer Kamera auf jeden Fall dabei. Hallo everybody, I am Jordan Sparks and you are watching Bubblegum. Ja, diese CD wird rausgegeben von der Organisation War Child und das ist eine Hilfsorganisation für Kinder, die aufgrund von Krieg in ihrem Land unglaublich schlechte Lebensbedingungen haben. Es gibt auch genug Platz für ernste und politische Themen. Ob nun die Aktion War Child oder FRND, Freunde fürs Leben, der Verein gegen Suizid. Wir informieren euch. Dazu gibt es natürlich interessante Studiogäste und das neueste aus der Welt der Kinofilme mit euren Stars hautnah. Für alle Gamer haben wir außerdem die brandaktuellsten Spiele dabei und es gibt natürlich jede Menge Gewinne für euch. Wenn euch die Spiele gefallen haben, dann könnt ihr sie jetzt natürlich bei uns auch gewinnen. Wir haben jede Menge Action für euch, wie in der kommenden April-Ausgabe mit den Flying Steps oder auch ganz gemütliche Bastelstunden mit Queensberry, ebenfalls im April bei uns. Alle Infos könnt ihr euch auch nochmal im Internet ansehen unter www.bubblegum.tv.de Hi, wir sind Queensberry und ihr schaut Bubblegum TV. Yeah! Mua!